Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mein Kolonies. Hier sind wir nun unten und hier ist Gold. Jawohl! Massenweise ist das auch gut, weil mit Gold machen wir nämlich hier unsere dauerhaften Gussformen für die Schmiede. Deswegen ist mehr immer gut. Sonst noch was? Ein paar Diamanten vielleicht? Schade. Verdammtes Gravel Zeugs. Gut, damit kann ich erstmal leben. Ach, kein Bergdorf. Ich will nach Haus. Und zwar Stadthaus. Dankeschön. So, perfekt. So, und als allererstes können wir damit eine normale Gussform gießen. Und zum Glück kann ich dafür auch... Warte, ne, man. Dafür habe ich noch ein... Das ist kein Clay mehr. Ach, was soll's. Komm, wir sind mal richtig, richtig verschwenderisch heute. So richtig. Bäm. Macht mir eine Gussform aus... Ups. Aus Eisen. Das ist voll die Verschwendung, weil das Eisen natürlich verschwindet. Ja, gut. Ist mir ein Furcht. Wir sind Rich Bitches, von daher passt das schon. So, goldiges Gold. Habe ich hier noch Eisen drin? Ein bisschen. Hm. Ich brauche vier Gold und einige Strings. Ich glaube, da muss ich jetzt... Obwohl, ich will die Nacht eigentlich nicht... Eigentlich will ich die Nacht nicht durchgehen lassen, weil... Wegen der Viecher. Ich kann doch in den Dungeon gehen. Da gibt's ja einen Spinnenspawner eigentlich. Das machen wir. So, ich brauche dafür einen halben Stack Strings. Ach, nö. Ernsthaft? Komm wieder? Das ist echt kacke. Das finde ich extrem kacke. Böses Modpack. Böse, böse, böse. Furcht aus. Schämlich. So, ich würde sagen, wir sind gleich wieder, wenn ich Strings besagt habe. Bis gleich. Okay, okay. Ich habe hier jetzt schon acht Strings zusammen. Schwupp und verdammt viel Loot irgendwie. Meine Güte, die haben doch echt eine Menge gedroppt. So. Klappe zu. Apto. Ich muss jetzt noch mitnehmen hier. Okay. Oh. Alles gut. Okay. Ähm, schnell nach Hause. Äh, äh, Stadt Haus. Es ist schon wieder Nacht. Nein. Okay, kann ich jetzt mal machen. Ich stelle es mal in die Mitte. Vielleicht hilft das ja. Schnell schlafen. Vielleicht hilft das ja. So, ich hoffe, hier ist jetzt nicht so viel gespawnt. Ähm, okay. Dann wollen wir mal unseren Emerald verkraften. Zu einem wunderschönen Silk Touch Juwale. Silky Touchi. Hier komme ich. Jawohl, ja. Bam. Okay. Dann wollen wir mal. Ähm, fragt sich gerade, wo? Wo haben wir denn hier in der Nähe... Ach, ist da was? Wir können einfach unten mit... Ach, nee, ich will da nicht eingreifen. Ähm, wo ist denn hier der nächste Berg? Dort. Ich hoffe, ich gerade wäge das drauf zu. Und bodeln wir uns da in den Berg rein. Hey, Boden. Was ist mit dir? Oh, oh. Okay. Nun denn, ähm... Mal schauen, wo? Geradewegs hier rein. Nehmen geradewegs ganz viel klein mit. So. Noch ein bisschen verbreitern, damit wir hier nicht so einen winzig kleinen Schacht haben. Waren wir drei. Ist immer gut. Und noch ganz schön viel Dirt. Oh, das geht. Dann können wir hoffentlich unsere Stadt jetzt wunderbar ausbauen. So. Bisschen dunkel hier. Okay. Gib mir se Stein. so ein Stack mit vielleicht. Du bist nicht mein Stein. Du bist mein Stein. Yeah. Das macht das Ganze doch schon sehr viel einfacher. Platz hab ich noch. Ja. Nehmen wir noch mehr mit. Natürlich extrem viel Haltbarkeit dadurch, aber ist okay. Können wir mit Stein reparieren. Immerhin. Woher fliegt eigentlich nicht mehr Haltbarkeit als normal. Glaube ich. Gut. Also schnell fertig und dann können wir den Bilder endlich bauen lassen. In der Hoffnung dass er aufgebaut und nicht nach dem auch noch tausende Milliarden an. Ach, guck mal. Der Chunk lädt nach. Wie schön. 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 Ich mag den Mod. Ich mag ihn sehr. Ist der Bilder? Sind sie denn? Hallo? Wo sind denn alle hin? Hä? Achso. Warte. Ich kann ja mal recallen. Das ist ja zum Glück. Geht das ja. Oh nein. Ah. Ah ne. Halt. Ah. Irgendwas ist kaputt gegangen. Na toll. Na toll. Großes Kino. Ja. Ist wie gesagt auch ne Alpha. Man merkt's eindeutig. Ist schwierig. Ähm. Das nicht wegtun. Hier sowas wegtun. Ich würd sagen kurzer Cut. Ich muss neu starten. Bis gleich. Nächster Versuch. Hm. Nein. Sogar nicht. Scheiße. Kann ich den wirklich abbauen? Ob das gut geht? Hm. Huch. Da. Nope. Fuck. Ich glaub ich hab grad irgendwie mein Dorf gelöscht. hab ich das Gefühl. Oh. Hm. Irgendwas ist hier gewaltig schief gelaufen, hab ich das Gefühl. Ach nee. Tu mir das nicht an. Es ist doch die Town Hall. Aha. Okay. Ähm. Gut. Problem. Da hab ich noch irgendwas drin, was hier nicht reingehört. Och. Nervt auch nicht. Verkackte Tür. Das ist meins. Ähm. Aber ich hab doch ne Town Hall. Ähm. Warte mal. Wo hab ich's denn? Wo ist mein Building? Dingsbums? Mano. Das ist, das ist grad ein bisschen sehr nervig, muss ich schon sagen. Hm. Wer's denn eh neu baut. Kann ich's denn direkt, weil er einen höher bauen? Ach, Schweinchen. Lass das. Nicht schubsen. Mann. Jung. Nee. Town Hall. Hm. Bilder. Bild. Was? Da ist er ja. Was reißt denn da alles ab? Hm. Das ist nicht cool. Verdammt. Ja, kommt sofort. Äh, Pickaxe. Da. Nun denn? Hm. Kratz, kratz. Äh, äh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, mal gucken. Hm. Tja. Machst du nix? Dinge passieren nun mal. So ist es halt. Was ist denn mit dir? Mach doch mal hin. Hm. Ja, ja. Der macht das schon. Okay, äh, was wollte ich tun? Oh Gott, wir haben so viel Mist hier. Wollen wir denn? Wohin damit alles? Kurz wegwerfen. Äh, könnte ich mal anziehen eigentlich. Gibt es uns auf den Kopf. Nee, ist nicht besser. Schade. Das ist auch weg. 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 Schild auch weg hier. Weg mit dem Dreck. Okay, der röft gleich sicherlich auf mit meinem neuen Spitzsack. Oh, Mann. Äh. Aber du wirst es auch wieder ohne, ohne Material, oder nicht? Oh je, oh je, oh je. Doch, er baut mit Material. Okay. Oh Mann, ey. Ich lass ihn mal bauen. Ich hab keine Ahnung. Was, wie, wo, warum und überhaupt. Ach ja. Was tust du wohl gerade? Vielleicht tut da irgendwas. Reißt er das da gerade raus? Soll ich ihm helfen? Ich glaub schon. Mist. Take this. Und dis und dis. Ich, äh, ja. Ich lass ihn einfach mal bauen. Ich weiß auch nicht, was er machen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich bin ratlos. Ich würd sagen, bis zur nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüssi. Ich hab eine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020